Tina Teune war unsere Trainerin bei der Nationalmannschaft, auch 2003. Immer dieses Lied im Bus. Immer. Zum Spiel. Auf dem Weg. Ich stelle mir gerade vor, du fährst ins Stadion rein und der Radetzky-Marsch läuft. Und dann sei der Weltmeister geworden. So sieht es nämlich aus. Fast jeder Sportler, Sportlerin hat ja so einen Ticken Aberglaube. Und die Abläufe möchte man halt immer gleich haben. Und gerade wenn es funktioniert, dann änderst du halt nichts dran. Und Tina wollte dieses Spiel und saß total glücklich immer vorne in der ersten Reihe. Habt ihr dann alle im Bus alle so? Ja, wir haben gut drauf waren, auch. Ehrlich? Sensationell. Vor allem wenn wir gewonnen haben, haben wir uns natürlich extra nochmal spielen lassen und dann schön geklatscht. Vielleicht hätte das mal jemandem Hansi sagen können. Die falsche Musik gehört. Ja.